Erste Mal in elf Jahren Luki, zum wievielten Mal packst du jetzt für die Fülle Ski? Das weiß ich gar nicht ganz. Vielleicht schon das zehnte Mal, ich muss das nachschauen. Das interessanteste Packen ist immer das erste Packen der Saison, weil da weiß man immer nicht ganz genau, was man alles braucht und dann hat man so seinen Grundstock zusammen. Bei der Tour ist vielleicht noch mal ein bisschen mehr Energie, was man mitnehmen muss. Wenn ich jetzt einen Welker Woche in der Hauptbahn habe, dann habe ich zwei Gels dabei und zwei Riegel so ungefähr. Und jetzt habe ich einen Sack voll Gels und Riegel und natürlich auch Regenerationszeigsel. Das ist immer relativ wichtig. Und was bei der Tour extrem anders ist wie normal. Wir sind natürlich immer in unserem Team Klamotten. Bei der Tour ist dann, weil ja Weihnacht, weil es Silvester ist, haben wir dann doch mal ein Hemd dabei. Wir haben da einen Silvesterabend. Der ist natürlich jetzt keine Party oder so, aber da ist so ein bisschen Team Tradition, dass man sich dann doch mal etwas schicker anzieht. Das ist eigentlich ganz nett. Und dann nimmt man natürlich auch ein paar Gesellschaftsspiele mit, die man da bis zehn spielt. Wir haben immer gesagt, wir feiern russisches Silvester. Das darf man jetzt nicht mehr sagen, aber in Moskau ist das schon zwei Stunden vorher im Neujahr. Also feiern wir immer um zehn Uhr schon unser Silvester. Handtuch braucht man immer für eben Physio auch. Wir haben einen Fall gehabt. Wir haben manchmal Handtücher mit dem Öl oder so bei Physiobehandlung. Wir sind ein bisschen getrackert worden und dann hat es richtig Stress gegeben, weil die Handtücher irgendwie nicht mehr sauen. Und dann nehmen wir unsere eigenen Handtücher mit, um bei den Regenerationsbehandlungen von der Physio dann nicht irgendwelche Hotelhandtücher voll zu sauen. Was bei der Tour ganz wichtig ist natürlich, oder eigentlich immer, wenn man merkt, wichtig ist, Oropax. An Silvester knallt's. Wir haben am ersten wieder Wettkampf. Das heißt, man braucht einen guten Start. Oropax sind immer wichtig in Hotels. Aber wirklich bei der Tour weiß man, dass an Silvester knallt und dass es laut wird und das natürlich alle rundherum feiern. Handy immer Flugmodus. Das Bett geht ganz richtig, weil irgendeiner schnallt's nicht und versucht dann um zwölf anzurufen. Das ist dann extrem, extrem lästig. Wir müssen ja, es nennt sich Adams. Wir müssen unseren Wohnort immer angeben, unseren Beachtungsort für die Doping-Controllen. Und das ist natürlich bei drei Stationen und vielen Reisen etwas komplizierter als normal, sag ich mal. Oder mehr Hotelsalterung. Und ich mach das immer gerne davor, weil bei den Wettkämpfen hab ich dann zwischendurch ein Ei, irgendwie nicht den Gruff dazu und dann vergisst man's. Und dann im schlechtesten Fall steht die Doping-Controlle dann an der ersten Station und man ist schon an der zweiten Station. Und das wär dann ein Misstest. Das wär natürlich extrem ärgerlich. Und um das vorher erledigen, ist natürlich ein bisschen eine fiese Arbeit jetzt. Man ist ja immer nervöser, wenn man Sachen nicht weiß. Also wenn man nicht weiß, was auf einen zukommt, ist man nervöser. Bei der Tour weiß ich mittlerweile, was kommt auf mich zu. Weiß, wo meine Stärken liegen und dann kann ich die Nervosität eigentlich ganz gut kontrollieren. Aber es ist natürlich auch immer ein Highlight. Also Tour ist irgendwie... Ich bin ein großer Radsportfan und schaue im Sommer gern die Tour de France an und dann hat man so dieses Pendant Tour de Ski. Hat einfach was. Also allein der Name, hat ein bisschen einen Mythos mit dem Final Climb. Und darum bin ich ja heuer wieder sehr froh, dass ich starten darf. War auch für mich kein leichter Saisonstart. Ein bisschen Schwado, familiär. Ich bin Vater geworden und ein bisschen schwieriger. Und jetzt bin ich froh, dass ich es dann noch zur Tour geschafft hab und mach da meinen Saison-Neustart. Und weiß einfach, dass die Tour ein cooles Format ist, wo die Deutschen immer schon sehr gut waren. Und auch ich persönlich immer schon sehr gut war. Und darum ist eigentlich die Vorfreude, die da überwiegt, ja. Servus? Hi. Bist du bereit? Ja. Bist du bereit? Immer. Ja. 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 Okay. Ja das ist doch irgendwie der Gsan. und die ersten Ergebnisse rauskommen. Musik 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 Chef of Truck, was ist passiert? Wir haben ein Problem. Houston, wir haben ein Problem. Aber Rettung naht! Ja, Hydraulikleitung leider weggeknipst. Jetzt geht das Dach nicht hoch und dementsprechend natürlich die Bühne nicht runter. Ja, aber es ist ein Mechaniker unterwegs und ich denke, dass er das zwar erstmal notdurftig, aber wenigstens, dass wir aufklappen können und machen. Aber ist dir sowas schon mal passiert? Nein, das erste Mal in elf Jahren. Uiuiui, Mucki, 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 es wird, es wird. Wir werden weiter berichten. Musik 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 Erster Toureinsatz, mal reinschauen, mal reinschnuppern und das Beste abrufen, was möglich ist und dann schauen wir, was am Schluss rauskommt. Aber die sind hochmotiviert, die Jungen, und das freu ich mich, wenn die da richtig Gas geben dann. Leicht, leicht die Hüfte noch mehr. Dann check it out. Hier kommt die Arme. Es ist ziemlich kalt. Ja. Glücklich haben wir hier. Laura, du hast ein Rates für ein paar Mal. Ja, 3. Dezember. Sie ist nervös. Ja. Sie hat es schon gemacht. Ich fühle mich, dass ich ein neuen Start des Saison habe. Es ist mehr oder weniger das gleiche. Ich habe keine Ahnung, wo ich jetzt bin. Aber du weißt, wie viele Rates noch ist? Bis zum Ende der Saison. 27? 28? Nein, es ist 25. Individuelle Rates. Okay. Ich bin Team Sprint und Relay. Wie viele? Nein. Nein? 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 Das klingt wie ein Beste. Es ist viel mehr. Das ist wirklich auch kalt. Nein. Nein. Oh, shit. Oh, krass. Das klingt so kalt. Ja, das klingt so kalt. Ja, das klingt so kalt. Ja, das klingt so kalt. Ich habe zwei. Ja, das klingt so kalt. Ja, das klingt so kalt. Das klingt so kalt. Ja, das klingt so kalt. Wir haben auch ein paar gute Erfolgskäden vor Weihnachten. Also, ich denke, wir gehen in mit einer hohen Motivation und auch ein bisschen Selbstverfassung. Ich hoffe, dass sie auf dem Level, wie sie im Normale Training haben haben und nur fahren. Ich denke, wir können uns und hoffen für einige Personale Besten und auch für gute Spots. Wie normalerweise starten wir jetzt in Toblak mit dem Sprint und einem 10 km Klassik. Das ist ziemlich normal. Der Grunde war die Idee, um nach Drisinnen und zurück zu gehen. Das ist ein bisschen einfacher. Aber die snow-konditionen hat uns nicht zu tun. Es wird ein schweres 20 km auf Sonne mit 4x5 km auf der Lübe. Aber dann in Davos gibt es eine lange Runde. Sie sollte dort gehen. Mit der Kurs-Profile ist es ein mix von Uppel und Doppel-Polling. Ich denke, dass das Wicke sehr gut ist. Wir werden sehen, wie diese Städte aussehen. Aber ich denke, die starken Athleten sind gut an alles. Das ist interessant zu sehen. Aber ich denke, dass gute Athleten sind gut an alles. Die Silvester-Gala, die hier verabreicht wird, geht von 20 Uhr bis 24 Uhr. Das heißt, also Würde. Genau. Da ich davon ausgehe, dass keiner von euch scharf ist, drauf am Stundentag dann Gang zu essen, haben wir das so organisiert, dass wir im Raum, wie wir hier sind, um 18 Uhr bis 19 Uhr das Essen einnehmen können. Und dann 19 bis 20 Uhr an dem Aperitiv teilnehmen können. Die Bauern tatsächlich im ganzen Rezeptionsbereich. Kleine Stände, kleine Getränkemöglichkeiten auch. Und sagen, wir haben da eigentlich so von 18 bis 20 Uhr Programm. Und alles danach müssen wir uns dann selbst organisieren. Jan, Jan, Marius und Jan sind guter Neuling. Wie heißt der? Gut begeistert. Ja eben. Dann seid ihr mit Neulingen. Dann ist bloß der Marius. Ja, wir begrüßen jetzt den Marius. Ganz herzlichen Glückwunsch. Ja, das war schon. Ja, das war schon. Haha. Was mach ich jetzt denn? Muss mich anders waschen! Hahaha! Das ist jetzt wieder. Was? Ja, das ist jetzt der zweite Tag. 2, 3 때! 6, 4, 3, 4, 5, 4, 5, 3! Ein Tag vor dem Wettkampf, vor dem Sprint, die Athleten gesichtigen die Fußstrecke, schauen nochmal, wo ich mit welcher Technik, mit welcher Geschwindigkeit reinnehme, wo nehme ich den Schwung mit. Wir werden dann ein sogenanntes Auftakttraining machen mit kleinen Teilabschnitten und dort nochmal in der Renngeschwindigkeit die Technik dann checken und überprüfen. 4 Abschnitte hier auf der Runde um Gefühl zu fliegen für den Kurs und welche Abschnitte wichtig sind, Abfahrten, Übergänge ist hier relativ wichtig, Kurven. Gut, gut. Gut, gut, gut. Verge den Kurs und dann den zweiten Kurs. Dann machen Sie es von den Kurs der Rücken und dann überprüfen Sie, wie lange Sie blide und wenn Sie starten. So then we have talked about the different style, but how many strokes do we have here roughly? Okay, one, two, three, four, five, six, seven, eight, nine, ten. It's not many. No. So here I think you really can hammer. Normally you have the feeling that you should go like work with a weight chip, but now you need to really go on the fyrhands side and hammer there. You're strong there, it's ten cycles. So if you want to do one more, then you should do that one. So from there, then you should come a little more and power on the fyrhands side. More hammer. More hammer. It sprints, so you have ten strokes. So now you can go out. You can go out the other way. If you want to go out the other way, you can go out the other way. You can go out the fyrhands side and then you can go out the fyrhands side and then it's good for today. Thank you very much. One more time. One more time. And then . So now I've come back to the championship. And now I've got a long time before the skating sprint and I'm going to the best to grow up. Ich weiß nicht, dass es gut kostet. Wie viele Runden seid ihr gelaufen? Sagt mir jetzt, Janit, du hast nicht mitgezählt. Ich bin voll fokussiert auf den richtigen Ski, gleich losfahren. Wenn du das jetzt so oft machst, dann möchtest du schon ein bisschen fokussiert sein. Schau, da fühlst du schon wieder ein bisschen durcheinander. Bleiben da jetzt die schlechten oder die guten Schlüsse? Den kannst du umschmeißen. Den kannst du umschmeißen. Genau, umschmeißen. Die sollte jetzt, der ist raus. So, nehmen wir den nächsten. Also man möchte schon konzentriert sein. Also nicht so viel Ablenkung. Vor allem, wenn man mit dem Chefarztl unterwegs ist, dann möchte ich... 13 Kilometer ab. 13 Kilometer ab. Wenn du mit dem Chefarztl unterwegs bist, dann möchtest du ganz besonders drauf achten, dass es funktioniert. Was schnelles dabei? Ich hoffe es. Heute schaut es nicht so schlecht aus. Sehr gut. Wenn es morgen auch so ist. Ein Informatiker Pär zeigt mir jetzt, wie man ein Screenshot geht. Schaut gut auf! Genau, wir haben ein Grund. HM. Nein, nicht so fest? Nein. Kurz. Scheiße. Schalt's aus. Ach so, du willst ein ganzes Video spielen. Nein, nur eine Szene, wo der Finger auf Sicht fliegt. Der nächste mit dem Gehirn. Echt? Schau mal. Oh nein. Zeig mal, zeig mal. Da liegt er. Hat er sich verletzt? Nein, das schaut nicht ganz so schlimm aus. Ich bin ein Apple-Nerd. Nur die Nase ist jetzt blau. Wie war der Training auf der Kräutige Träck hier? Der Aufstieg für den Tour des Ski war interessant. Die Mädchen waren ein bisschen nervös und ein bisschen excited. Ich mag es. Es gab 13 Tage seit der letzte Räste und einige wissen nicht, denn es ist eine neue Format, eine neue Tour. Ich mag die Tension, wenn sie nicht sicher sind, und die Hortrate war ein bisschen hoch. Es gibt viele Fragen. Aber das ist ein sehr guter Sign, vor der Tour, dass du eine gute Tension hast. Eine gute Tension ist gut für der Tour. »Das ist ein bisschen verletzt.« »Istand für dasen章« »Massadewan, »Massadewan, »Proverver« »Kazadewan, « »Kazadewan, 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 »Kazadewan » »Kazadewan, 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 »Massadewan, »Kazadewan, »Kazadewan, Willkommen! Team GERMANY! Ok, und das deutsche Männerteam bei der Tour de Ski dieses Jahr mit der Nummer 3 Lukas Bögel mit der Nummer 4 Friedrich Moch mit der Nummer 5 Florian Notz mit der Nummer 6 Anjan Sossau mit der Nummer 7 Jan Stölben und mit der Nummer 8 Marius Kastner! In der Tour, are you ready? So, Viktoria Karl Katharina Henning Laura Gimler Lisa Lohmann Sofie Krehl Pia Fink Und Kuleta Ritschek Ich habe es! 7 aus 7 Das ist nicht das Kuleta Ritschek Grabe Gott Untertitelung des ZDF, 2020